Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer! Ich bin ein riesen Airbnb-Fan. Und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show live aus der Metropole im Rheinland. Vom Drehkreuz der Welt aus Eitorf. Eitorf liegt in Nordrhein-Westfalen und ist die Heimat von Felicias Eltern. Und deshalb sind wir hier gerade bei Herbert und Hedi Haargarten und lassen uns verwöhnen. Kommen hier gut an, kommen runter, gehen spazieren in der Natur. Und ich muss sagen, so deutsche kleine Orte haben auf jeden Fall auch ihren Charme. Charme. Also hier geht es uns echt gut und hier tanken wir gerade wieder Energie auf und lassen auch gerade erstmal alles auf uns wirken und verarbeiten, was so die letzten fünf Tage oder sechs Tage im Bonn passiert ist. Er ist bei dem Advanced Workshop beim Dr. Joe Dispenza, ein Neurowissenschaftler, der das Rationale mit dem Spirituellen und der Meditation verbindet und dir hilft, über die Kraft deiner Gedanken, dir eine eigene Zukunft zu erschaffen, eine eigene Realität, dich zu connecten mit dem Quantum Field. Es ging auch viel um Quantenphysik und das ist natürlich echt Heavy Stuff, den man erstmal so verarbeiten muss. Jetzt haben wir Mittwoch, 26. Juli, Wednesday ist Mittwoch, ne? Ja. Und Samstag geht es dann auch schon wieder weiter nach Neu-Isenburg, beziehungsweise erstmal nach Frankfurt, Neu-Isenburg und dann treffen wir uns mit dem Tobi Beck für eine Mastermind und machen Sonntag beim Tobi dann auch die Masterclass of Personality mit. Wir haben Montag noch ein spannendes Meeting in Frankfurt und dann sind wir erstmal wieder zehn Tage in Berlin, da geht es dann auch richtig ab mit verschiedenen Events und Terminen und ein Event kann ich schon mal announcen und zwar bin ich bei den Jungs und Mädels vom Awesome People Space am Start, den wollte ich mir natürlich auch gerne mal persönlich angucken. Und wenn ich mal in Berlin bin, dann mache ich das natürlich auch und zwar am 4. August, kannst du dir schon mal einen Kalender anstreichen, Freitag, 4. August, 18 Uhr wird es ein Podcasting Live Event bei Robert Gladitz geben, der der Host von dem APC Space ist und ich würde mich total freuen, wenn du da mit am Start bist. Ansonsten für alle Solopreneur und alle Unternehmer, die Verstärkung suchen, die Aufgaben abgeben wollen, die einen Experten suchen für ihr Team, es gibt eine Folge, die verlinke ich euch in den Shownotes, ich schreibe das mal eben hier in mein analoges Notizbuch rein. Und zwar haben wir letztens eine Folge gemacht mit dem Stefan Gerd von Bewerbungsschreiber.de zur DNx-Jobbörse und die Jobbörse performt sowas von krass, dass wir ganz, ganz oft von Leuten, die einen Job einstellen, zwei, drei Tage später eine E-Mail kriegen und sagen, bitte nehmt die Anzeige offline, ich habe jetzt so viele Bewerber und ich bin gerade zwei am testen, ich komme nicht mehr hinterher. Also sie performt richtig krass, die Jobbörse kostet 50 Euro pro Joblisting, aber weil du treuer Podcast-Hörer bist, geben wir die Chance, einmal die DNx-Jobbörse kostenlos zu testen. Also die Performance von der Jobbörse darfst du kostenlos testen, um dich selber davon zu überzeugen, wie die Qualität der Bewerber ist und die Anzahl auch der Bewerbung. Und dafür schreib einfach eine E-Mail an team at dnx-berlin.de mit dem Stichwort Jobbörsentest und sag, dass ich dir das erzählt habe hier auf dem Podcast und dann bekommst du einen Code zugeschickt oder einen Boucher oder whatever, ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert, auf jeden Fall darfst du dann kostenlos auf der Jobbörse posten. Alright, that's it, was haben wir noch? Ja, eine Sache, die ich mit euch super gerne teilen möchte, ist der wirklich wunderbare Mensch Eckart Tolle und ich bin gerade voll in seinen Wirken eingestiegen, es gibt einen super Online-Kurs Eckart Tolle jetzt oder Eckart Tolle now. Schau mir die Videos von Eckart Tolle an und er ist wirklich ein Meister auf seinem Gebiet, wenn es um Achtsamkeit geht und ich bin einfach nur geflasht. Also zieht euch Eckart Tolle rein, wer Eckart Tolle nicht kennt, googelt nach Eckart Tolle und verfolgt einfach, vielleicht auch mal auf YouTube könnt ihr nachgoogeln, da gibt es vielen Free-Content von ihm. Eckart Tolle now bin ich gerade in so einem Probe-Subscription-Freemium-Modell drin und bin mir relativ sicher, dass ich das dann auch umstelle auf Paid. Aber es gibt auch super, super, super viel kostenlosen Content von Eckart Tolle und Eckart Tolle ist echt ein Geschenk für diese Welt. Alright, lasst uns einsteigen in die heutige Folge und zwar gibt es einen krassen Energy-Hack und Energy-Boost und das weiß ich nicht erst seit dem UPW-Event in London mit Tony Robbins, wo es auch ein großes Thema gewesen ist, dass wenn Leute zu wenig Energie haben, dann liegt es ganz, ganz oft an der Atmung. Und ich möchte mit dir jetzt einmal diesen Test machen, wenn du zuhörst, atme bitte einmal ganz, also wenn du auf dem Fahrrad fährst, bleib mal kurz stehen, stell dich mal rechts an die Seite und atme mal einmal ganz, ganz tief ein. Und wieder aus. Am besten durch den Mund ausatmen. Nase ein, Mund aus. Und nochmal. Und noch einmal. Mehr, 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 mehr und aus. Und jetzt mach mal kurz einen Reality-Check. Wie hast du eingeatmet? Hat sich bei der Atmung dein Brustkorb angehoben oder hat sich bei der Atmung dein Bauch gewölbt, deine Bauchdecke gewölbt? Wenn das Erste passiert ist, dann atmest du genauso wie 85% oder 90% aller Menschen in der westlichen Welt falsch. Und wenn das Zweite passiert ist, dann bist du einer der wenigen, der weiß, wie man richtig atmet und wie man die maximale Energie bekommt. Und ganz oft liegt es daran, dass Leute müde, abgeschafft sind, gestresst sind, weil sie einfach zu flach atmen. Und sie atmen dann in die Brust. Ihr kennt das, man wird tief Luft holen und der Brustkorb, der weitet sich, weil natürlich die Lungenflügel voller Sauerstoff gefüllt werden. Und dadurch weitet sich dann der Brustkorb und dann atmest du wieder aus. Was du dann aber nicht machst, ist, dass du, das sind ungefähr 20 oder 30% von deinem Volumen, was du nicht nutzt, für zusätzlichen Sauerstoff, den du in deinen Körper bringen kannst, was dir so enorm wichtig ist, für deine ganze Energie und für deinen ganzen Haushalt, was alles in dem Körper passiert. Und das machst du, indem du in den Bauch einatmest. Und wir haben es leider, 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 leider verlernt, wie man richtig in den Bauch atmet. Ich schaue mal eben. Und der Hauptgrund, also das Spannende ist auch, dass ganz natürlich Embryos und kleine Kinder und auch Erwachsene, also du und ich, wenn wir schlafen, ganz natürlich in den Bauch atmen. Nur wenn wir dann tagsüber unter Stress sind und in unserem Alltag sind und vielleicht noch auf einem Programm fahren, das durch unser Unterbewusstsein ausgespielt wird, dann verlieren wir in dem Wachzustand die Fähigkeit, in den Bauch zu atmen. Und der Hauptgrund ist ganz einfach Stress. Also wenn du unter Druck gerätst, dann spannt sich nämlich vorne der Solaplexus und das ist ein wichtiges Kontrollzentrum von deinem zentralen Nervensystem. Und das spannt sich dann im Bauch an. Und das verhindert die natürliche Bewegung des Zwerchfells. Was auch passieren kann, sind einfach, dass man veraltete Bilder am Kopf hat, wie zum Beispiel dieses Bauch rein, Brust raus. Und dass man dann unbewusst auch so atmet. Oder bei Frauen oder Mädels ist es manchmal ausgeprägt, dass man unbewusst immer den Bauch anspannt, weil man eine schlanke weibliche Taille haben will. Und das verhindert dann auch die korrekte Bauchatmung. Und die Bauchatmung ist die Atmung, die den größten Teil deiner Lungen belüftet. Und die dir hilft, das Maximum an Sauerstoff in deinem Körper reinzubekommen. Und bei der Einatmung zieht sich das Zwerchfell zusammen und das bewegt sich nach unten gegen quasi deine Organe im Unterleib. Und das drückt dabei den Bauch nach außen und führt die Luft tief, tief, tief in den unteren Teil der Lunge. Also die Lunge sind nicht nur die Lungenflügel, die unter den Rippenbögen sitzen, sondern die Lunge geht noch weiter. Das kannst du dir dann auch mal anatomisch anschauen, wenn du vielleicht mal nach Lunge googelst bei Google Images. Dann siehst du genau, wie weit auch die Lunge noch nach unten geht. Und bei der Ausatmung entspannt sich dann entsprechend das Zwerchfell und der Bauch bewegt sich wieder nach innen zurück. Und dabei entsteht ein sanfter Druck gegen den unteren Lungenrand und die Luft, die wird wieder herausgepresst. Es lohnt sich 100% Zeit und Effort und Aufmerksamkeit in die Entwicklung von der richtigen Atmung, in die Entwicklung von der richtigen Bauchatmung zu investieren. Für mich ist es jetzt seit einem knappen halben Jahr Thema, dass ich bewusst jeden Tag 10-15 Minuten in den Bauch atme. Oder auch, wenn ich dann abends im Bett liege, dass man ja eh unbewusst irgendwann anfängt, in den Bauch zu atmen. Aber vorher dann conscious, also bewusst schon in die Bauchatmung reingeht. Und auch fifth thing of the day, wenn ich morgens aufstehe, dass ich darauf achte, dass ich in meinen Bauch atme. Und immer, wenn ich mich dabei erwische, nicht in den Bauch zu atmen, dann nochmal erst recht, irgendwie eine Minute oder sich zwei Minuten Zeit zu nehmen, in den Bauch zu atmen, um das wieder zu lernen, was wir leider in der westlichen Welt, in der stressigen Welt verlernt haben. Und die bewusste Atmung, die bringt dir dann Entspannung, Dynamik. Bei Yogis ist das schon ganz lange bekannt. Übrigerweise auch bei asiatischen Kampfsportarten. Da wird auch immer wieder in den Bauch geatmet. Beim Krav Maga haben wir auch zur Entspannung, wenn du dann diesen militärischen Drill gehabt hast. Krav Maga ist ein militärisches Selbstverteidigungssystem aus Israel, wo du wirklich krass, krass an deine Grenzen gebracht wirst. Und ich bin Träger von dem P3-Patch und habe dementsprechend dann auch schon viele Einheiten Krav Maga hinter mir. Und wenn du dann nach so einem aufgepeitschten Drill wieder runterkommst, haben wir auch als erstes immer wieder gelernt, in dem Bauch zu atmen. Und bewusst wird das auch von guten Sängern gemacht oder geübt. Immer mehr Spitzensportler üben die korrekte Bauchatmung, weil sie einfach mehr Energie und Sauerstoff haben. Blasmusiker zum Beispiel wissen es auch schon sehr lange, dass die richtige Bauchatmung wichtig ist, um mehr Volumen in die Lungen reinzubekommen. Um mehr Sauerstoff in den Körper zu bekommen und dadurch dann mehr Energie zu haben. Also du wirst auch nicht mehr so müde sein, du wirst nicht mehr abgespannt sein, du wirst nicht mehr schlaff sein, wenn du korrekt in deinen Bauch atmest. Checken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich denke, es ist rübergekommen, warum es so wichtig ist, in den Bauch zu atmen und warum es so wichtig ist, korrekt zu atmen. Und es ist wirklich erstaunlich und es ist krass, wie viele Leute falsch atmen. Also mir war es ja vorher auch nicht bewusst, bevor ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass man viel, viel mehr Sauerstoff noch in sich aufnehmen kann, als den, den man über die Brustatmung aufnimmt. Vielleicht noch ein paar Zahlen und Fakten ist ganz interessant. Jede Minute holt ein erwachsener Mensch 12-18 Mal Luft und Kinder 2-3 Mal so oft. Also Kinder atmen noch viel, viel schneller als Erwachsene. Pro Atemzug atmen wir einen halben Liter Luft ein und aus. Und das sind 6-9 Liter Luft pro Minute. Und das sind am Tag 10.000 Liter Luft, die wir ein- und ausatmen. Stell dir mal 10.000 Liter vor. Und im Alter zwischen 20 und 30 haben wir durchschnittlich ein Lungenvolumen von 4 Litern. Und das reduziert sich aber im Laufe der Zeit bis zum 60. Lebensjahr auf bis auf die Hälfte. Der Mensch besitzt über 300 Millionen Lungenbläschen und deren Oberfläche entspricht ausgebreitet der Größe eines Fußballfeldes. Benefits, klar, mehr Sauerstoff, mehr Energie, aber du beugst auch Infekten vor. Also wer seine Atemmuskulatur für tiefes Durchatmen trainiert hat, der ist besser gegen Infekte der Atemwege geschützt. Und in gut belüfteten Atemwegen haben es Erreger einfach schwerer, sich zu vermehren. Und dann gibt es noch eine Übung, die ich dir mit an die Hand geben will, wie du deine Bauchatmung üben kannst. Die Bauchatmung massiert die Bauchorgane, das Verdauungssystem, das Sonnengeflecht und versorgt dich mit Energie. Die Übung geht so, also das geht dem Ding, du legst dich hin, entweder auf eine Decke, auf den Boden oder auf ein flaches Sofa. Du lockerst deinen Körper und lässt dich fallen. Die allererste Voraussetzung für eine gute Bauchatmung ist nämlich Entspannung. Nimm dir Zeit, entspann dich, bis du ganz ruhig bist. Achte auf deinen Atem, vielleicht auf deinen Puls, auf dein Herz. Und die zweite Voraussetzung ist Konzentration. Jetzt konzentrier dich voll auf das Atmen. Folg gedanklich dem Atem von ganz oben bis ganz unten. Oder konzentrier dich auf den Moment, wo dein Einatmen zum Ausatmen wird, ohne ihn selber zu beeinflussen. Also das, was du dann bei der Meditation schon gelernt hast. Einfach accept, believe and surrender. Einfach akzeptieren, was ist und nicht versuchen, das zu beeinflussen. Und wenn du das hast, diesen State, legst du die Hände auf deinen Bauch, zwischen deinem Bauchnabel und dem Brustbein und du konzentrierst dich auf der Nabelhöhe, deine Hände auf die Nabelhöhe und du atmest ganz bewusst gegen die Hände ein und aus. Und beim Einatmen hebt sich deine Hand und beim Ausatmen senken sich deine Hände. Und das machst du insgesamt zehn Mal. Und dann gibt es noch eine zweite Übung und zwar die Bauchatmung, dass wir jetzt im Liegen, die Bauchatmung im Sitzen. Also eine gerade Sitzhaltung ein, auf dem Boden, auf dem Stuhl, auf dem Meditationskissen, Wirbelsäule gerade wie bei der Meditation, Kopf hoch, also Kinn parallel zum Boden. Und dann wieder die Hände auf den Bauch legen, zwischen Nabel und Brustbein und genau wieder dieses entspannte Ein- und Ausatmen und dabei darauf achten, was passiert. Die Bauchatmung, die entspannt, die baut Stress ab und die massiert die inneren Bauchorgane und so kannst du dann deine Verdauung verbessern. Alright, that's it zum Thema Bauchatmung über Brustatmung. Mach dir einfach bewusst, wie viel mehr Energie in dir selber drinsteckt, wenn du dein Körper entsprechend mit Sauerstoff versorgst. Ja, wer zählt aus Eidorf, wer Bock hat, fette Preise zu gewinnen, unter anderem ein Ticket für das DNX Main Event mit Workshops oder 50 Euro Amazon Gutschein, DNX Videopaket oder Tickets für 6 Jahre Weltreise von Nick Martin oder den Wireless Life Guide, der macht bei unserer Umfrage zur DNX Academy mit und die DNX Academy ist deine Number One Online-Universität zu allen, allen wichtigen Themen des Lebens, um die beste Version von dir selber zu werden. Und die Umfrage findest du unter dnx-berlin.de slash academy. Ich bin jetzt raus und wir hören uns morgen wieder mit einer neuen Folge von der Lifehacks Show. Yes, that's it. Alright, tschakka. Peace and out. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de slash news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine sieben Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de. Peace and out. 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 Untertitelung des ZDF, 2020